Die Bibel sagt in Johannes Kapitel 10 Vers 4 bis 5 Also genauso wie ein Schaf eben dem Hürden folgt, folgen wir als wiedergeborene Christen Jesus Christus, unserem Hürden, dem Oberhürden. Und wir hören sein Wort, wir verstehen sein Wort, wir reagieren auf seine Stimme, wir würden nicht einem Fremden folgen, das heißt einem Irrlehrer. Wir würden nicht darauf hereinfallen. Und in Vers 27 heißt es dann, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Woran erkenne ich einen tatsächlich wiedergeborenen Christen? Das ist eine Frage, die sich viele stellen. Woran kann ich erkennen, dass jemand wirklich gerettet ist? Nun, ganz einfach daran, dass er das richtige Evangelium glaubt natürlich. Aber hier ist ein weiterer Hinweis, dass jemand wirklich gerettet ist, er versteht die Bibel. Wenn jemand nicht die Bibel versteht, nicht Gottes Worte hört, sondern irgendwelchen Irrlehrern folgt, irgendwelchen verderblichen Irrlehrern, mir geht es nicht um einfach falsche Lehren allgemein, sondern um ein falsches Evangelium. Ja, wenn jemand so Irrlehrern folgt, verderblichen Irrlehrern, dann ist er nicht gerettet. Ja, er achtet auf die Stimme der Fremden. Aber die Bibel sagt, einem Fremden aber folgen sie nicht nach. Wahre Christen folgen einem Fremden nicht nach. Sie hören nicht auf die Stimme der Fremden, sondern sie fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Also, wenn jemand so Irrlehrern folgt, dann ist er ein Fremden nicht nach.